Herzlich Willkommen beim Disability Awareness Training und der Sensing Journey von MyAbility. Du bist hier bei der RBI eingeladen. Bitte nimm Platz. Lukas und Larissa sind bereits mitten im Training und teilen ihr Wissen mit der Runde. Sie erklären unter anderem, warum es wichtig ist, inklusive Begriffe zu verwenden. Denn Sprache schafft Realität. Also keine Angst vor der Phrase Menschen mit Behinderungen. Stefanie, Katrin und Elisabeth sind als Expertinnen in eigener Sache dabei. Das bedeutet, sie erzählen ihre Geschichten und Erfahrungen, um dir Einblicke in tägliche Barrieren für Menschen mit Behinderungen zu geben. Stelle deine Fragen. Denn hier gibt es keine Tabus, nur offenen Austausch. Wenn keine Fragezeichen mehr in den Köpfen sind, kannst du dir Gedanken machen. Was kann ich zu einem barrierefreien Arbeitsumfeld beitragen? Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich? Danke fürs Teilnehmen an unserem Training im Schnelldurchlauf.